Guten Abend, kurze Info unsererseits, dies ist die letzte geplante Folge Randale unter Freunden. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns in einem anderen Projekt. Bis dahin, viel Spaß noch. Oh, hier. Ah, hab ich doch erwischt. Die Wohnung war so nötiges machen, oder war's das jetzt? Und gut ich. Hahaha, du Scheiße! Mein zweites Verwachter wurde... Bin's mit? Ey, da bist du tot, da kommst du wieder in Spiel, das Spiel ist, Sirene. Mach mal ne Markierung. Bravo. Oh, Alter, ich hab's mir in den Stern. Hahaha, okay. Pssst. Oh, shit, man! Boah, diese Tröte hört sich auch an, ey. Danke, reicht! Oh, ist alles voller Spieler. Oh, ist alles voller Spieler. Oke. Mmh! Boah. B ist alles voller ich. Wie geht's? Okay, das muss ich Mors Mutron anrufen, wenn man Moppe zerstört wollen. Voll geil, die Klan fährt nicht mehr vorwärts, da an links ist stärker als äh... Moppe lässt den! Du, der Ankel krochen, ey! Oh, die Mutter auf mich, ey! Ne, find ich nicht gut! Find ich gar nicht gut! Ich telefoniere doch gerade! Malo, das hat mich von hinten angeschossen, deswegen hab ich so nen Schub gekriegt, aber da war nur noch 5! Na klar! Ja, steht da! Hinter der Power! Starten wir noch mal ne Mission hier! Ja! Ich hab nicht vor, wer... Ja, starten wir schnell in Mission, bitte! Hab ich! Dauert einen Moment im Laden wie so! Ich hab ihn los! Polizei! Stopp, da! Das ist der LSPG! Holden! Loser! Shit, anybody got eyes on him? J Okay! J So, wir haben uns hier ein Einsatzfahrzeug besorgt. Das würde ich nicht nehmen, da ist vorne und legst deine Waffen kaputt. Immer dasselbe mit dir, ne? Los, fahr dich um den Terroristen. Du bist so ein Vogel, ey. Wollen wir eigentlich los? Dann geh mal aus, ne? Ich kann nicht ausschlagen. Ich bin immer mal ein Einsatzfahrzeug, das Marius uns besorgt hat. Was ist denn los? Ja, du musst Flipp noch mitnehmen. Hier ist ein anderer Spieler. Zwei andere Spieler. Wollen die dich hier schießen, oder? Ne, die fahren weg. Machst du das? Das wollen die. Ja, dann steigen wir ein und abmarsch. Wo ist Marius? Der fährt. Ich fahr. Ach du Scheiße. Hättest du mit dem Auto mit Feuer gestiegen? Wer von euch hat den Sterne? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Hahahaha. Püff, Reifen eins kaputt. Püff, Reifen zwei kaputt. Ja, fahr doch den anderen Spieler an, der freut sich bestimmt. Hahahaha. Wie hast du gleich erschossen? Wir sind hier recht in Ordnung. Hahahaha. Das fährt doch hinter uns her. Wie, schon wieder? Reicht ihm es nicht einmal erschossen zu werden? Soll ich uns mal was bestellen, was vier Räder hat? Das hat doch vier Felgen. Also, also, naja, das hat nur noch eine Art. Oh Gott. Boah, Marius, sag mal, Führerschein hat wieder ein Lotto gewonnen. Hier, mach mal langsam. Warte, Scheiben kannst du mir führen. Das ist ein Fahrzeug. Mach mal, ich hab keine... Ja, ja, ja. Wer hat von uns Sterne? Na Marius, wer denn sonst? Wieso haben wir denn keine? Ahnung, hier, jetzt da unten noch eine Verkreuzung. Hinter uns, unten eine Kreuzung. Oh, das ist voll weit weg. Ja, ich hab ja gesagt, bleib stehen. Da kommt doch noch ein Spieler, der hat irgendwie... Weiß ich nicht, der ist vielleicht nicht mehr so gut drauf oder so. Komm mal rechts. Er hat sich ubeentschieden. Oder? So, jetzt hier, brennen. Jetzt kommt er. Denken. Ja, das heißt, du musst ja nur schnell genug sein. Auf den Dicken warten hier, ey. Soll mal, wann er mit Kopf geht. Habe bei mir jetzt die Schifftlastung gerade gehängt. Klipp, du kannst schießen. Ich bin sicher, dass das so eine gute Idee ist. Unwahrscheinlich, aber hey, was soll's. Schlimmer kann's nicht werden. Wir sind jetzt schon nicht mehr so beliebt. Warum? Ich weiß nicht, wir schießen still nicht irgendwelche Leute. Aber ich war schon mal nicht beliebter, als wir aus dem Hangar rausgeflogen wären. Ja, genau. Ja, genau. Da war ne Alpha Wand. Ich seh nicht mal einen. Ne, die sind irgendwo. Da hinten? Ne? Fahre doch nicht gleich in den Rahn, dann sind wir gleich alle zu Hause. Dann richte mich jetzt. Scusi, scusi. Wann das alle? Ne, auch noch mal so. Na ja, wo kommt der? Richtig, fast erschossen. Hätte ich eh nicht gekonnt. So, sammelt ihr die Dinger rein? Ich hab... Du musst auch noch ein Paket einsammeln. Wer ich? Ja. Da sind nur drei. Wo ist das? Bin tot. Ja, ich auch. Ist das Auto auch hin? Ja. Wie kann er denn das Auto mit einem Schuss zerstören? Keine Ahnung. Es ist so dermaßen unkaputtbar. Da steht er auch noch. Die Auto ist doch noch da? Das Auto ist noch da. Wir waren nur gerade alle ausgestiegen. Aber er beschießt es die ganze Zeit, ne? Ja. Ja, alle Vorräte hin. Ach, das ist der von vorhin schon wieder. Ja. Ich habe ihn erwischt. Sehr gut. Wie, hast du abgeschossen? Ja. Ich habe vergessen die Tarnklappe anzumachen. Oh, du geh doch diesen verkackten Berg hoch, du lol. Na ja, du Typ halt. Oh, wie fehlt eine Tür an dem Auto? Hehehehe. Guck mal. Ja, herrlich. Klar, und die Jungs hier haben es gesehen, ne? Da hinten ist er, da oben ist er, da oben ist er, der Typ. Die ist ab. Ja, komm hier nicht hin, du musst wieder die Büschen hochbauen. Er ist oben auf der Straße. Da kommt noch ein fliegendes Motorrad? Ja, lass ihn fliegen. Ist das auch auf uns abgesehen? Jetzt schnapp dir diesen Spasti da hinten. Arbeite dran. Was ist das denn hier? Wir gehen hier in den Baumstufen hin. Wo ist denn das Motorrad? Das ist doch wieder weg. Nee, das ist es nicht. Egal. Da kommt's. Gas! Ich mach Gas. Der holt doch schon mich als Wandenschrauber. Oh, schieß. Das ist jetzt gespart. Ey! Okay. Kannst du mal das Motorrad runterholen, dann schießt man dagegen. Ich seh's nicht. Und oben ist es. Oben? Da. Oben. Er ist übrigens nicht mehr auf der Karte. Von meinen Geschmack hat das ein paar zu viele Raketen da drüben. Das ist doch überhaupt nicht. Wer kann denn das Teil fliegen? Jetzt hast du noch. Ja. Halt, halt, halt. Wo ist es denn vor Ort? Ja. Sieh ich doch auf der Straße. Da. Ja. Da. 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 In den Kopf. Sieh sein zurück. Ja, da hat das gerufen. Das ist doch gleich hier oben. Da irgendwo ist er. Da, steigt wieder ins Motorrad. Gib Gas, Junge. So, darf er das denn noch zu umfänglich sein? das Heusfeldmarkt hier aber der andere ist jetzt weg ne? er ist irgendwo in eine andere Richtung die Falle hat uns doch erwischt irgendwann sie kann auch mal am Ende wo soll er denn jetzt da hin? er hat eine Rakete hinter dem her geschossen? na klar ja, wenn ich ihn sehen würde jetzt ist er bei mir jetzt ist er über mir jetzt ist er über mir ich würde jetzt eines der bescheuersten Fahrzeuge überhaupt hier ne? das fliegende Motorrad oh scheiße das war der andere irgendein anderer ja weißt du was das war? siehst du den Hubschrauber der da oben fliegt? da hab ich den raus geschossen den hab ich den raus geschossen ja wir machen uns gleich wieder freunde ne? und die Vorräte? jetzt steht ihr auch noch direkt vor mir oder was? alter, ich kann mich nicht mehr bewegen doch jetzt sofort auf dem Moped ist wieder da boah, ich hab ihm im Sprung mit dem Schaftschützen weggekriegt ja, ich hab's gesehen den Motorrad schmacken? ja sehr geil jeder unten am weg vor dir bei mir? ja hat mich ach da drüben wieso denn die Polizisten da ja? das ist nicht genau wer da auch ne? mich auch immer ja von mir rennt er weg ich müsste so gut vor dir sein alter mit der Gittling oder was? ich hab ihn hab ihn ja guck mir über die Ecke und wurde schon zerfetzt ja, das kann ich mit der Gittling mit der Gittling mit der Gittling mit der Gittling wenn ich rufe da jetzt wieder seinen Moped ne? ich schon wieder gesnipert ja, dann schießt er auch ganz schön wieder ja, dann schießt er auch ganz schön wieder ja, dann schießt er nicht mehr mit der Gittling mit der Gittling mit der Gittling umgefahren wenn sie sich an verbrauchen wo ist er denn? Park zumindest irgendwo da zack oh der ist noch gar nicht tot ja komm ey der hat noch einen kleinen Mini-Stuch er hat sein Moped wieder geholt und der andere rum was war der denn da? ja er fliegt auch nicht, er steht da ich habe ihn ich habe ihn heiß ok, so geht es natürlich auch ja alter hat der Mini-Gun aus der Karre geschossen der andere ist nicht mehr da, ne? was ihn mal kaputt gemacht hat doch, den haben wir grad wieder unseren Spaß hier Marius und mich mit der Mini-Gun aus so einem nein, ich meinte der Typ, der den Stationsschrauber hatte so ne, den habe ich nicht gesehen der ist nicht mehr da alter, ich lieg über den Wolken, das sieht ziemlich geil aus aber wir haben uns gegenseitig ja ich glaube ich bin noch nie so hoch geflogen fliegst du denn? was? was du fliegst so ne, dieses ich weiß gar nicht, dass es dein Flugzeug ist ist es nicht aber ich habe gesehen, dass er lieb ist ja krass ja sieht richtig geil aus viele werden stehen zum Untertitelung. BR 2018